So, da haben wir ihn jetzt, seine Geschichte haben wir gerade gehört und er will uns wieder zeigen, was er kann. Der Bart unverändert, vielleicht ein bisschen länger, David Eilenstein. Hat viel drauf, das haben wir in den Vorjahren gesehen, in Staffel 3 hat das bis ins Finale geschafft, also der ist fit. Ja und der war auch letztes Jahr sehr enttäuscht, als er in der Halbfinalequalifikation an der Himmelsleiter raus ist. Das sind die meisten Ninjas, die an der Himmelsleiter rausfliegen, weil das ein, ja, ein gelerntes Hindernis ist. Er ist natürlich ganz dicht am Cargonetz und von daher ist der Übergang dann überhaupt kein Problem. Ich bin sehr interessiert daran, ob er dies Jahr, na zumindest zum erweiterten Favoritenkreis gehört. Er wirkt sehr ruhig, sehr entspannt, sehr konzentriert, guck. Er macht das bisher sehr gut, kann das auch abfangen. Ja, also geht bis dahin sehr, sehr gut durch. Und erinnerst du dich noch an die erste Staffel, beziehungsweise an die zweite, meine erste, in der er teilgenommen hat, wie wir ihn erstmal nicht so ernst genommen haben, weil er ja aus seinem Bastelkeller kam und ich glaube, er hatte sogar noch so einen blauen Streifen auf dem Kopf. Und wir sind da ja manchmal skeptisch, wenn zu viel Show gemacht wird. Ich nicht. Nein, du nie. Aber wenn du dann so Leistung abrufen kannst, dann kannst du machen, was du willst. So, jetzt nicht zu hoch, nicht zu hoch, nicht zu hoch, nicht zu hoch. Vielleicht waren es tatsächlich diese 10 Zentimeter, die er gerade noch mal runter ist, dass das nicht komplett schief geht. Ja. So, jetzt kommt sie, die Himmelsleiter. Hat er letztes Jahr in der Vorrunde nicht machen müssen? Also er geht definitiv nicht mit der Ambition hier in diesem Vorrundenparcours an den Power Tower zu kommen. Der Sieg am Power Tower am Ende dieser Show bedeutet 5000 Euro für den Athleten und den direkten Einzug ins Finale. Die beiden Schnellsten sehen sich in 10 Meter Höhe am Ende dieser Show gut ausgeglichen. Sehr gut ausgeglichen. Richtig, richtig gut. So, und jetzt kommen wir auch zu einem neuen Hindernis. Hangelkurven. Ja. Zum ersten Mal in dieser Staffel sind die am Start. Das ist mal gar kein Problem. Hier, die sind aber auch fixiert. Also die bewegen sich kaum. Jetzt muss er da einmal eine Runde drehen. Genau diese. Jetzt rüber an die nächste Kurve. Der ist aber auch mal richtig gut. Das ist aber, finde ich jetzt, also das ist jetzt nicht so schwer für ihn. Und jetzt weiß er, dass er den Buzzer erreichen kann. Ja, komm hoch! Ja, also das traue ich ihm zu. Ich würde es ihm echt gönnen, das erste Mal auf den Buzzer zu hauen. Ja! Tolle Leistung von David Einstein. So, und das wollte er aber sowas von. Ja, das ist nie ein Mann! Wahnsinn, wie stolz bist du? Ja, mega. Ich habe trainiert wie ein Irrer und es hat sich ausgezahlt. Was ist möglich für dich dieses Jahr? Das sah sehr kontrolliert aus. Du bist auch relativ schnell wieder bei Atem. Das haben wir auch in den Vorwochen schon anders erlebt. Wo geht es hin für dich? Also in dieser Show wohlgemerkt. Ja, ich hoffe, es ist wieder Finale drin. 2018 ging das ja schon mal. Diesmal mit Buzzer. Ja, er ist happy. Herzlichen Glückwunsch zum ersten Mal buzzern in der Ninja-Karriere. David Einstein. Britney Einstein.